Jetzt habe ich schon wieder kein Geld eingesteckt. Ach, Sie haben überhaupt nie Geld. Sie sind ein armer Schlucker. Wer sagt das? Gliesel! Niemand ist sehr gern allein. Jeder Mensch will einmal glücklich sein. Eines Tages stellst du fest, dass dein kleines Herz sich nicht mehr halten lässt. Tage lang, nächte lang schlägt es aufgeregt. Wenn zwei Herzen leise füreinander schlagen, beginnt für sie der ersten Liebe schönste Zeit. Wenn zwei Herzen zärtlich zueinander sagen, ich hab dich lieb, jetzt und alle Ewigkeit. Wenn zwei Herzen leise füreinander schlagen, versinkt die ganze Welt für sie in Seligkeit. Ja, was führt denn dich da herauf? Ein Expressbrief. Für mich? Nein, für diesen Mal Eberhard.